Die Entscheidung für den richtigen Beruf, die richtige Ausbildung am Ende der Schule, wenn nicht gleich. Also das Schnupperstudium bietet Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, hier die Uni Kassel zu besuchen für eine Woche, in Veranstaltungen hineinzuschnuppern und so möglicherweise ihren zukünftigen Studiumern kennenzulernen und eine Woche sozusagen das Studentenleben, das Uni-Leben kennenzulernen. Also wir hatten heute etwa 500 Schülerinnen zu Besuch und ich denke, die Schülerinnen werden hier eine spannende Woche erleben. Ich finde das richtig toll. Also ehrlich gesagt, ich bin mir total unsicher, was ich überhaupt möchte. Wir haben Abitur und da finde ich das auch richtig cool, dass man kommen kann und sich das angucken kann.